Hier schau mal, Stützle, Byram. Stützle räumt auf, das können wir schon mal festhalten. Dann fliegt das auch am Blatt. Ja, das ist auch mal eine Reaktion zeigen. Also Tim Stützle ist, glaube ich, ready für NHL-Eis-Hockey, was auch den Körper anbelangt. Die U20 WM kostenlos für alle, nur bei Magenta Sport.